Im Auto gehört das Navi beinahe schon zur Grundausstattung. Damit Sie auf Ihrer nächsten Fahrradtour nicht auf Ihren gewohnten Begleiter verzichten müssen, gibt es diese Universal-Fahrradhalterung von Navgear. Sicher am Lenker angebracht, haben Sie die auf dem Navi angezeigte Straßenführung und gleichzeitig die Umgebung optimal im Blick. Mit Hilfe des cleveren Schnellverschlusses montieren Sie die Halterung mit einem Handgriff an jedem gängigen Fahrradlenker. Ganz ohne Werkzeug und jederzeit wieder abnehmbar. Die geräteschonend gepolsterte Universalhalterung passt sich natürlich auch ganz schnell an Ihr Handy oder Smartphone an. MP3-Player, Handy oder Navi. Am Ziel angekommen, gibt die praktische Entriegelungstaste jedes Gerät ganz flink wieder frei. Genial einfach zu montieren, universell einsetzbar und super günstig. Da gibt es nicht viel zu überlegen. Gute Fahrt! Littes Gerät Littes Infatoire Littes sealed